Hallo und willkommen zurück zu Crusader Kings 2. Wir haben die Fett den Krieg erklärt. Wir wollen das jetzt hier haben. Wir erheben da endgültig Anspruch und dann auch auf Gwent und ich weiß gerade gar nicht ganz genau, wer jetzt den Titel auf das gesamte Königreich oder Herzogtum war es in dem Fall, also Kleinkönigreich eigentlich, erhoben haben. Oder nicht? Wir gucken mal. König morgen von Bresa hält den Titel Grafschaft von die Fett. Okay, naja, das ist ja nur der Grafentitel. Naja, wir stehen hier auf jeden Fall mit fast 5000 Mann. Connecta ist dem Krieg beigetreten und hier sind noch knapp 200 Mann. Also sieht es sehr gut aus für uns. Die können wir hier mal auflösen. Und wir lesen mal, was wir hier noch so für Nachrichten haben. Meine Nachricht. An den überragenden König morgen. Eure Weisheit und Gnade sind legendär. Wir schlagen vor, dass Sancho Garces und Isabel Samuel matrilinear heiraten. Das ist unsere Cousine und das hier ist Befehlshaber von Castilian. Da ist jetzt ein Castilian. Ja, kann man machen. Castilian ist... Moment, da müssen wir mal eben schauen, wie da das Königreich aussieht. Das war gar nicht mal so klein, ne? Genau. Ich denke mal, da verbessern wir das mal. Also verbessern wir unsere Beziehungen. Kann nicht schaden, wenn wir das mal machen. So, dann haben wir einen schwachen Anspruch, den wir durchsetzen können. Das war bei Navarra. Genau, da haben wir nämlich kein Interesse dran. Das war erst auch nicht für uns selbst, sondern für einen unserer Höflinge. Verbündete können wir rufen. Die werden alle nicht teilnehmen wollen, weil wir da noch einen Malus haben von minus 50, weil wir den zuletzt in den Krieg gerufen haben. Ah, oder minus 25, weil wir den in den Krieg gerufen haben. Also, ja, der mag uns nicht mal ganz so sehr, unser Sohn. Dann haben wir neue wichtige Entscheidungen. Ja, wir haben landlose Söhne, immer noch. Er hat aber doch die Gelübde abgelegt, oder nicht? Zölibat. Also braucht er auch keinen... Ah, da möchte ich den Titel erringen. Ja. Gucken wir mal. Vielleicht übertragen wir dem hier die Fett-Connector. Könnten wir belagern. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. So, wir haben hier diesen sächsischen Trupp. Genau, das sind ja hier die Söldner. Moment, ich gehe da mal auf. Da haben wir... Wo haben wir die denn? Da. Die haben wir. Noch knapp 2000 Mann. Wir nehmen hier... Hier, hier, hier. Nehmen wir da jetzt ein paar Truppen mit. Also, wir teilen die mal. Wir nehmen Barony von Gwennend. Lehnzehren-Einberufung. Und dann müssten dann gleich noch die Söldner kommen. Ja, also ich denke mal, wir werden da... Lehnzehren-Einberufung. Naja, die können wir eigentlich... ...auflösen. Also eigentlich war Seileneinberufung, nicht die Lehnzehren. Lehnzehren sind wir. Ähm, Barony von Gwennend. Ja, ja. Nehmen wir mal so ein paar kleine Trupps. So. Okay, das ist jetzt alles Lehnzehren-Einberufung. Das sind jetzt alles unsere Truppen, die wir so... ...haben. 3000 Mann plus die... ...sächsischen... ...leute da. So, dann nehmen wir den Trupp und mit dem gehen wir nach Connecta. Und mit denen hier... ...mit der Armee von Bischof Enfrois... ...mit Outret und... ...du Dualon... ...mit denen gehen wir nach... ...Defett. So, und dann... ...nehmen wir die Pause raus. Erhöhen die Geschwindigkeit. Na. So. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, die verziehen sich ja schon. Die sehen da, aber wir sind schneller, da wir mit Pferden unterwegs sind. Das sieht doch gut aus. So, und die verziehen sich ja auch schon. Da haben wir gesiegt. Sehr gut. Und wir belagern hier sogar Connecta, das ist auch gut. Da können wir mal noch ein bisschen... ...ja, Druck ausüben auf Connecta. Da sind jetzt noch ein paar Schiffe. Vielleicht bringen hier noch ein paar Unterstützungseinheiten. Ich glaube kaum. Mein Liebensherr, seit ich in Boareg bin, haben wir keinen Mangel mehr an Männern zur Verstärkung unserer dortigen Truppen. Sehr gut. Die Fett wird belagert. Wie viel brauchen wir da? Ja, vielleicht könnten wir noch ein paar nach Gwenn schicken. Ach, guck mal hier, da haben die... Ja, lassen wir mal sehen. Connecta wird belagert. Ja, ich gehe mal mit der Geschwindigkeit drauf. Und einmal mal, wir müssen mal gucken, was unser Rad hier sagt. Ist der denn voll unterwegs? Ja. Moment, den, der hier in die Fett ist, den können wir noch mal nach Gwenn schicken. So. Dann legen wir uns nämlich auch noch, äh, reizen wir uns auch noch Gwenn unter den Nagel. Was haben wir hier? Französische Schiffe, das ist okay. Ähm, wir gucken mal nach der Revolten, nach dem Revolten-Risiko. Sieht alles gut aus hier. Ja, Brevne, eine isolierte Grafschaft. Andere Kultur. So, da oben sind 316 Männer auch erstanden. Kommen die denn her? Die Heubert. Ähm. Sind die das hier in Tier-Eogain? Nee, ne? Wie kommen die denn, wie kommen die denn da hin? Will ich jetzt gerade mal wissen. So, Königreich von Wales. Gehäubert. Hat bloß die beiden. Wie kommen denn da oben die Truppen hin? Die sind da gerade aus dem Nichts aufgeploppt. Merkwürdig. Naja. Wir belagern hier nach wie vor. Sieht gut aus. Lange sich das hier in Brevne nicht verschlechtert. Können wir das auch so lassen. Ja. Hört doch alles ganz gut. Unsere Vasallen mögen uns nicht mehr, weil wir hier die, äh, Abgaben zu lange, oder die, die Männer da so lange fordern. Oh, ja, ihn können wir nochmal wieder verheiraten. Seine Gattin ist gestorben. Ich glaube, da können wir uns gleich mal nach dem Speichern drum kümmern. Nach dem Auto speichern. Lässt sich übrigens nicht aufstellen. Verheiraten wir den doch nochmal. Heirat arrangieren. Einmal ihn. Und, ja, nee, nicht einen von uns. Moment, Moment. Er hat doch reguläre Heirat, aber die ist doch tot. Deswegen müssen wir ihn doch eigentlich neu heiraten können. Ansprüche auf. Tua. Was? Na. Ja, heiratet mich schon. Aber hier habe ich jetzt echt nur meine eigenen Leute, ne? Vielleicht haben wir da ja jemanden, den wir da heiraten können. Nee, 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 nee. Wobei hier die Rio-Hanon-Hövling, wir essen das. Dies von niedriger Geburt. Die wird wahrscheinlich nicht den Grafen heiraten. Oder er wird sie nicht heiraten. Ähm. Wählen wir die mal aus. Madre Linie hab ich da auf keinen Fall machen. Ähm. Naja, denn. Wenn er dann wieder glücklich wird. Obwohl ich nicht weiß, ob er unglücklich ist, aber... Naja. So. Zehn Schiffe haben die hier. Ihr und euer Haus mögen gesegnet sein. Leider ist es meiner Ansicht nach nicht in meinem besten Interesse für... Ja, klar. Okay. Na gut. So. Mein Fürst, wie er scheint, trägt meine Arbeit in gewendt allmählich Früchte. Den Anspruch setzen wir durch. Selbstverständlich. Oh, da müssen wir mal eben gucken. Intrige. Mal schnell Geld... ...leihen. Von den jüdischen Kaufleuten vermutlich. Oder von den Tempeln. Na, da können wir... Doch. Tempel-Vasalen... Meinung der Tempel-Vasalen minus zehn. Wie das? Kriegen wir nicht hin. Warum geht denn das nicht? Ähm... So, wir haben zu wenig Geld. Achso, ne. Der Tempel-Vasale hat zu wenig Geld. Ja. Dann... Äh... Leit 300 von jüdischen Kaufleuten. So, haben wir gemacht. Dann können wir das hier schließen. Und den Anspruch durchsetzen. Also die Entscheidung, ob ihr diesen Anspruch gelten mag, zu machen wünscht, liegt nun ganz vor euch. Anspruch durchsetzen. Ähm... Dann können wir jetzt also auch noch gleichzeitig Anspruch auf Gewend erheben. Sehr gut. Da müssen wir nur noch unseren Sohnemann hier loswerden. Oder... Moment. Wir können auch einfach, äh, den... Den, ähm... Anspruch auf den Herzogstitel dann erheben, glaube ich. Müssen wir dann nochmal gucken, wenn's soweit ist. Ja. Also, dann, ähm... Pause raus. Mit der Geschwindigkeit mal ein bisschen runter. Irgendwie... Äh... Berechen mir die Frames grad wieder ein. Ähm... Naja. So. Connecta sieht gut aus. Die FED sieht gut aus. Ähm... Ich will da keine Leute wegschicken. Aus der Belagerung. Heute bat mich so ein Tuduallon um einen Lehen. Ich erwähnte eine Karriere in der Kirche. Genau. Hatte ich doch gesagt. Und wie will er denn einen Lehen? Der hat doch nicht umsonst da die Gelübde abgelegt. Oder? Wie seht ihr das? Ich sehe das genau so. Ja, hier unten, auflösungstechnisch, ist das hier irgendwie immer noch so abgeschnitten. Was will denn der? Tja. Er soll... Ja, warum hat er denn seine Bildung nicht mal hier verbessert? Der ist irgendwie nicht so... Naja, ich habe die Befürchtung, dass der irgendwann mal unser Königreich erben könnte. Weil alle anderen irgendwie sterben. Aber wie das eben so ist, passiert dann einfach mal. Oh, Schmuggler haben den Belagerten in Dinef. Essen und Vorräte verschafft. Oder beschafft. Die Moral der Verteidiger ist gestiegen. Und haben den Belagerten bei Roscomen Essen und Vorräte zugeschickt. Eine große Zahl der ausgehungerten Belagerten bei Roscomen ist an den Kräften gestorben. Achso, Moment. Okay, dann habe ich es doch nicht richtig verstanden. Dass wir Unterstützung bekommen haben. Hier bei Connector. Genau. Sehr gut. Sieht doch gut aus. Connector, schön belagert hier. Äh, das hier gehört nicht mehr dazu. Naja, Connector ist inzwischen nicht mehr allzu groß. Die waren doch mal, das war doch mal größer, dachte ich. Naja. Können wir uns da auch nochmal unter den Nagel reißen. Früher oder später. Machen wir hier die ganze Ecke hier bretonisch. Also hier sieht es aber soweit noch ganz gut aus. Äh, wir können uns nochmal eben hier die Herzogtümer anschauen. Da sehen wir hier, das ist tatsächlich dann ein Herzogtum. Diese drei Grafschaften. Die haben wir die Belagerung gleich erfolgreich durchgeführt. Also die Belagerung der Hauptstadt. So, was sagt denn er? Zufrieden. Hm. Achso, und jetzt, Gwen können wir nicht, können wir nicht durch, äh, den, der Anspruch können wir nicht durchsetzen, weil wir, äh, jetzt mal den auf die Fett durchsetzen müssen. Naja, das ist ja ein bisschen, ein bisschen doof. So, das haben wir gleich geschafft hier. Ah. Äh. Saint-Gulette-Vergutayt ist nun volljährig. Sie wird ein Karrierekaufmann. Oder eine Karrierekaufmännin. Wir wollen ja hier, äh, korrekt bleiben. So, diese Stimme spricht mich an. Sie sagt mir, ich sei eine schlechte Person. Oh. Oh, dass ich böse wäre. Mir wurde gewahrt, dass dies keine gewöhnliche Stimme war, sondern die von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Ich wusste, dass ich von nun an ein besseres Leben würde leben müssen. Jesus spricht zu mir. Oh. Die Tempel-Versallen mögen uns nicht mehr so. Dann müssen wir doch mal gucken, dass wir da, die da einen Priester hinschicken. Ähm. Ein Freundes, ein Bein, ein Bein, ein Bein. Okay. Per. Mag uns aber auch noch. Ja, da haben wir doch eigentlich überhaupt kein Problem. Zu viele Basalen haben wir da ja nicht. Wir haben ja alles unter, selbst unter den, uns persönlich unter den Nagel gerissen. Ja, äh, Connecta haben wir gerade, genau. Wir haben hier gerade einige Siege eingefahren bei der Belagerung. So, Frieden anbieten. Was sagt er immer noch? Nein. Naja. Ein Pausieren. An den ehrenhaften König von König Morgen mögt ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben. So, er will seinen Prinzen, Guillaume, Guillaume, von Kastilien mit unserer Nichte verheiraten. Matrilinia. Er will uns seine ganzen Söhne hier in die Familie einheiraten. Die gehen aber dann in unsere Linie über. Sprich, die Kinder, die müssten doch eigentlich, ich glaube, das hatten wir schon mehrfach, aber das müsste eigentlich auch so sein, dass die dann unserer Linie angehören. Hm, wir akzeptieren das mal. Eine große Zahl der ausgehungerten Belagerten bei Thuem, Dagualan, ist an einen Kräftton gestorben. Oh, das war doch sicherlich hier. Genau. Naja, eine große Zahl. Okay, ich weiß nicht, wie viele es vorher waren, aber es waren, ich glaube, knapp 1100 waren es gewesen. Sehr gut, so kommen wir ja mit der Belagerung hier gut voran. Da sind 281 Mann, die hier an Stärke verlieren. Oh, Moment, ich muss mal auf jeden Fall drauf achten, dass ich hier vielleicht doch nochmal eben die... ähm, die, 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 die... Söldner entlasse. Denke ich mal. Das sind 2000 Mann knapp. Ne, das sind 2200 Mann. 2300 Mann. Da haben wir 1400. Okay, dann belassen wir das erstmal so, denke ich. Und, ähm, werden dann, wenn wir, äh, wenn wir hier die, die Stadt, oder hier die, äh, das ist aber jetzt hier die, das Bistum, wenn wir das belagert haben, ähm, dann, oder erfolgreich erobert haben, so, dann werden wir die Söldner entlassen. Auch so ein bisschen Geld kommt jetzt, was heißt ein bisschen Geld, die ist zwar schon eine Menge Geld, aber darauf kommt es jetzt dann nicht an. Ich will verhindern, dass wir die jetzt entlassen und dann bei der nächsten Belagerung eben mehr Männer brauchen. Auch wenn man nicht jetzt hier nachgucken könnte. 531 steht jetzt hier, aber trotzdem steht hier 1089. Ich glaube, das sind jetzt hier, das sind nicht die zusammen. Das weiß ich nicht, wie sich das hier so zusammensetzt. So, jetzt haben wir hier noch eine Nachricht. Zu den Waffen. Ruf zu den Waffen. Nein. Wir lehnen ab. Da haben wir gerade keine Zeit für. Wir haben überhaupt keine Truppen dafür. Und auch kein Geld. Also, das geht nicht. Das geht so nicht. So, ihm können wir hier, aber wir belagern es einfach. Ja, schnappen wir uns da sein Geld. Ja. So, das hier haben wir gleich. Erobert. Und. Ja. Ach, guck an. Müssen wir so nochmal kämpfen. Hat er seine Männer von da oben runtergebracht, glaube ich. Das ist ja nicht schlecht. Dann. Ist er auf jeden Fall näher dran, den Frieden zu akzeptieren, den wir ihm dann anbieten. Eventuell. Aber wenn er das nicht akzeptiert, dann müssen wir eventuell auch noch Gwent hier belagern. Und das machen wir dann, nachdem wir Connector belagert haben, erfolgreich belagert haben. Der wird dann nämlich da keine Truppen ausheben können, glaube ich. Wenn wir das haben, wenn das unter unserer Hoheit steht. Deswegen müssen wir dann noch alle drei Besitztümer hier belagern. Und das machen wir auch einfach. Heute bat mich Halbbruder Gutheit um ein Lehren. Ich versprach, es zu arrangieren. Hm. Ist der andere Halbbruder. Ich versprach, es zu arrangieren. Kriegt er bald einen Titel. Ja, ja, wir haben ja hier bald was zu vergeben. Dann sollte er die Fett bekommen. Die Fett oder, ja, doch die Fett. Aber eigentlich Connector würde mir besser gefallen, wenn er das kriegen würde. Aber das haben wir ja, das haben wir ja hier, da haben wir ja noch keinen Anspruch drauf. Moment, wir haben jetzt auch auf Gwent einen Anspruch erhoben, ne. Dann können wir nämlich unseren Kanzler wieder woanders hinschicken. Den schicken wir dann nach, ähm. Ja, warum nicht nach Connector. Das käme dem da hinten gar nicht mal so ungelegen. Da hätten wir dann hier Breffende nicht mehr so ganz isoliert. Und wir hätten hier hinten auch die Möglichkeit Schiffe da hinten auszubilden. Das wäre hier gar nicht mal schlecht. Okay. Bauen wir so raus. So. Das haben wir gleich erobert. Dann können wir gleich sehen, ob wir noch weitere Männer brauchen. Schmuggler haben den Belagerten von Televie, den Belagerten von Televie, Essen und Vorräte. Naja gut. Also hier, da die Moral steigt oder nicht, das ist egal. Das ist gleich erobert. Connector ebenso. Und dann können wir hoffentlich die Söldner entlassen, die so viel Geld kosten. Ah ja, jetzt haben wir beides, beides ist belagert, erfolgreich. Tausend, hier seht ihr da genau, tausend, knapp 1600 Mann haben die da noch. Ja, da, und hier haben wir weniger, wieso haben wir denn jetzt hier weniger Angreifer? Können wir hier aus Breffende noch ein paar Truppen schicken? Können wir nicht. Moment, dann müssen wir mal gucken. Zehn Monate können wir hier noch belagern. Dann ist das Geld aus. Kann ich noch irgendwo Truppen ausheben? Ah. Okay. Dann machen wir das doch folgendermaßen. Wir ziehen die von hier oben ab. Ziehen die hier runter. Und wenn die hier angekommen sind, entlassen wir die sächsischen Truppen. Oder den sächsischen Trupp. Und reduzieren da die Kosten, die wir für unsere Armee dann haben. In der Zeit können die aber noch fleißig hier belagern. Meine Gattin Eleonore war gebannt von der Anmut und Stärke der Jagdvögel und bat mich um einen Vogel. Würde er im Bussert ausreichen? Ein Falken wäre genau das Richtige. Nehmen wir einen Falken. Also wir wollen, dass unsere Frau uns liebt. Auch wenn sie hier, wenn die Liebe zum Teil auf materiellen Reichtum basiert. Ah, da ist jemand gestorben, oder? Ja, da hat jemand was geerbt. Da müssen wir den Hofprediger neu besetzen. Den Job des Hof... Oder den... Den Posten des Hofpredigers. Enfroi, Bischof von Kells. Der könnte Hofprediger werden. Warum nicht? Mal gucken Sie sich das mal an, wie schlecht er ist. Total ungebildet. Ja, bei Ihnen. Nicht kämpfen bitte und... Religiöse Beziehungen verbessern. Gucken wir mal. Ist eigentlich nirgendwo notwendig. Er kann stattdessen Kulturtechnologie erforschen. Ja, hier in Roison, bitte. Hause raus. Die Belagerung, die wollen wir jetzt hier noch eben zu Ende machen. So. Und jetzt kann ich... Wenn ich jetzt hier 2300 Mann verliere, haben wir noch 2500 Mann. Das reicht. So. Das müsste sich gleich ändern. Von minus knapp 15. Ah, jetzt werden wir da hinten belagert. Ist ja lustig. So, genau. Machen wir jetzt hier noch ein bisschen Gewinn. Und die belagern uns hier mit 20 Mann, die sie hier aus dem... Aus der Stadt rekrutiert haben. Ja. Wenn wir Gewinn erobert haben... Äh, die Fett meine ich doch. Ah, guckt an. Ich kann die Forderung erzwingen. Ja, schon von die Fett erhalten wir. Ja. Können wir machen. Ähm, lassen wir uns noch mal ein bisschen weiterlaufen. Also, ne, Moment. Er wird sich ja dann sowieso nach Gewinn verziehen. Dann nehmen wir das an. Moment, der ist... Wir können ja mal gucken, wo der sich gerade aufhält. Uh. Er ist in die Fett. Dann... Gucken wir das noch mal. Ja, der ist tatsächlich in die Fett. Na, dann belagern wir den einfach weiter. Und, äh, vielleicht können wir den gefangen nehmen. Wäre nicht schlecht, dass sie noch schnell vorangeht. Ein tugensames Leben ist nicht leicht, aber Jesus befiehlt mir, mich meinem fleischlichen Drängen zu widersetzen. Ja, heute sind wir keusch. Unser Herr Jesus Christus hat mir befohlen, den Armen mehr zu geben. Ich kann seinen Aufrufen nicht ignorieren. Wir verlieren 50 Gold und erlangen 100 Pietät. Boah. War aber wirklich eine sehr milde Gabe. Ähm, ja, hier haben wir keine weiteren Truppen, die wir da ausheben können. Wir haben wahrscheinlich auch keine persönlichen Truppen. Ah, doch. Geben wir die doch mal aus. Gucken wir mal, wo wir die haben. Ah, wahrscheinlich wieder hier. Ja, dann können wir die da wieder... Können wir auflösen, die Truppen. Die brauchen wir da nicht. Ja. Ein Brevner hätte ich sie eben gern gegen die 20 Bogenschützen. Wird das wahrscheinlich noch ausreichen. Ich belausche zufällig eine lebhafte Diskussion zwischen dem Stallmeister und einem Höfling. Irgendetwas über ein Pferd, ja. Ich kläre die Angelegenheit, genau. Beziehungen haben sich verbessert, sehr gut. So, das haben wir gleich hier geschafft. Und dann... Ja. Dann bieten wir ihm hier den Frieden an. Ich glaube, wir dürfen Gewendt nicht belagern, wenn wir ihm da den Krieg erklären wollen. Oder darf noch nicht belagert sein. Oder besetzt sein. Mein Lebensjahr, seit ich ein Brorreck bin, haben wir keinen Mangel an Unterstützung. Sehr gut. So, und dann... Schmuggler haben da wieder Essen hingeschafft. Alles klar. Bei Kamaten, das ist dann hier. Kamaten vielleicht auch. Ah, die Flotte hier, die ist ganz schön teuer. Ich würde das ja an seiner Stelle nicht unbedingt hier betreiben, hier die Galäern hier die ganze Zeit rumfahren zu lassen. So, belagert. Und jetzt geht hier das letzte Geld noch unserem Besitz über. Das ist jetzt komplett belagert und dann können wir ihm... Ach, da schiebt er noch 36 Mann. Kriegen wir das auch noch gleich? Ja, das geht alles in unseren Besitz über. Oder nicht? Dann mieten wir ihm gleich den Frieden an. Und nach dem Autospeichern machen wir dann, wenn wir ihm den Frieden angeboten haben und die FED bekommen... Also jetzt machen wir mal eine Pause. Grasche von die FED haben wir übernommen. Alles klar. Unsere Domäne ist zu groß. Ah, da sind Ründerer. Die können wir mal eben noch abwehren. Ah, die sind ja... Moment. Wir können ihm mal helfen. Ach, können wir nicht. Ich hätte jetzt gesagt, wir schicken mal unsere Truppen dahin. Wir schicken die mal eben dahin. Äh, ne, bringt nix. Dann schicken wir die wieder zurück. Und... Connector... Was? Die haben sich da befreit? Wie ging denn das? Die haben doch bloß 20 Mann gehabt. Das ging doch gar nicht. Die haben noch viel weniger gehabt als wir. Hä? Ach, wahrscheinlich, weil wir den Krieg hier gerade beendet haben. Hm. Naja. Okay. Gut, dann lösen wir hier die Truppen auf. Und... Wir heben Anspruch hierauf. Gucken wir mal. Wend beanspruchen. Oh, das kostet uns ganz schön viel Prestige. Ne, dann machen wir das mal nicht. Allerherrscher. Heh, okay. Na gut, dann machen wir an der Stelle eine Pause. Ähm, vermachen allerdings das Land hier noch. Einem unserer Söhne. Ähm. Wer war das gewesen, der da gemeckert hatte? Das war er hier, oder? Wer war denn das gewesen? War das er? Eudon? Ich glaube, ich dachte, das wäre... Ne, er hat ja schon einen, genau. Er hat ja schon eine Grafschaft. Er hatte sowieso gemeckert, das war klar. Dann war das er. Landtitelgewehrin. Und zwar... Grafschaft von die Fett. Ja. Die soll er bekommen. Äh, dies erhöht seine Meinung über euch um 40. Alles klar. Äh, senden. Super. Und dann machen wir jetzt an der Stelle auch eine Pause. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss. 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 Hausっぱ